Hi, can I join you for a raid? Lovely, not today. Today it's just for my friends. Oh, there is a shiny. Look at this. Yo, musst du da machen. Yo. Das ist so schlimm wie der Stimme. Aber die klingen auf jeden Fall richtig genial. Das ist auf jeden Fall ein shiny gewesen. Yo, ging es die ganze Zeit. Hab ich Juhlchen noch gelesen gehabt oben? Gucken wir uns das mal an gleich. So viele stehen ja da noch nicht. Ich gucke halt, dass vielleicht auch so 8 wieder sind. Zur Sicherheit. Dass noch ein Platz für mich und den anderen da ist. Uh, uh, uh. Yo. Yo. Muss ich ja machen. Ich hab das immer noch nicht raus. Ich muss mir noch ein paar The Bald Gamer Videos angucken. Um, dass ich weiß, wie man richtig auf Shinies reagiert. Einfach immer Yo machen. Hans. Wo ist jetzt die Nachricht hin? Na, auf den Hans hier rauszunehmen. Der Hans hat sich gerade wohl gefühlt. In der Außenwelt. Blutsport, Blutsport, Blutsport. Oh mein Gott, das schreckt mich doch nicht. Blutsport, hielt mich mit Weihnachtskot. Weihnachten, das wird... Ah! Bis zum Tod. Hol ich meine Panzerfaust. Shiny Donation. Guck dir das an. Jena füttert 5 Euro an Adi. Gute Besserung. Jena. Jena. Nicht Shinaya. Jena. Das ist eine Shiny Donation. Ich sag's euch. Yo. Muss es die ganze Zeit gehen. Oder so ähnlich. Das heißt, wir haben heute Zekrom und Regiram in dem Stream bekommen. Das passt doch. Original. Jena. Jena. Ja, Jena. Natürlich mit 2 N, aber trotzdem. Jena. 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 Jena.